Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer vielleicht letzten bzw. vorletzten Folge zu Lego Marvel Super Heroes. Also heute sind wir beim letzten Kapitel, wo wir noch die Minikids uns dann liebefrei müssen. Eventuell mache ich dann noch eine kurze Folge mit den anderen Sachen, die man braucht noch für die Platin zu machen, wie die Coop oder Stan Lee in Stan Hulk zu verwandeln oder die Transformationen von den großen Charakteren machen. Der ihm in die Quere kommt. Das klingt nicht gut. Das sind die drei, die mir dann noch fehlen. So, dann wollen wir mal. Ja, ja, Galactus. Gut, jetzt brauchen wir erst einen Magneto. Dafür gibt es insgesamt drei Stück. Ähm, dann brauchen wir einmal... Ah, die haben wir schon letztes Mal geholt. So, dann brauchen wir mal einen Ballen. Hier haben wir das nächste. Nom 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 nom. So, haben wir dann hier noch was. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. So, dann machen wir schnell die Dinger noch kaputt hier. So, dann machen wir schnell die Dinger noch kaputt hier. Einmal. Zweimal. Dann brauchen wir mal wieder einen großen. Na. Na. Ich muss diese Welt vergessen. So, die Turbine läuft wieder. Euer Ende ist nahe. So, dann müssen wir die Turbine wieder beseitigen. So, dann müssen wir die Turbine wieder beseitigen. So, dann müssen wir die Turbine wieder beseitigen. Einmal weg damit. Dann kommen wir oben als nächstes beiden. Eure Erde gehört mir. Und. 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 Einmal den Camp. Okay. Iron Man. So, da sieht man schon wieder. Da brauchen wir den Spidey wieder. Da müssen wir die Turbine ein bisschen höher machen. Erstmal rutschen wir noch eine Runde. Ich hab gesagt. Stimmen sind schon wieder. Was ist das? Ich muss diese Welt fressen. Keine Angst Leute. Ich hab euch. So, jetzt kommen wir. Im nächsten Gebiet. Team 2, ihr seid dran. Hier gibt's nur die nächsten 2. Für die Magnete. So, einmal hier. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Hier kommen noch unnötig die Münzen sammeln. Die werden wir nicht mehr brauchen. So, machen wir hier die 3. Ah ne erstmal das. So und dann hier 3. So und dann hier 3. Ich muss diese Welt fressen. Ah ne hier müssen. Das müssen wir ja kaputt machen. Mal schauen, was ist das? Mhhh lecker. Euer Ende ist nah. Ich hab das nicht. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. dann kommen wir einmal den Spiddinger eure Erde gehört mir festhalten wir haben ihn fast nächstes Gebiet so mal gucken hier gibt es wieder was zum graben da haben wir das nächste dann brauchen wir einen großen so dann müssen wir nach hinten einmal hier brauchen wir der geht auch hier euer Widerstand kurbelt meinen Appetiten noch mehr an warum machen wir nix diese Schilder werden euch nicht für immer beschützen so nehmen wir ein Tor eure Erde wird er zufrieden soo brauchen wir den Iron Man den goldenen hier oh ja jetzt ist es gut und da haben wir den nächsten ich glaube das war's hier in diesem Gebiet ja einmal den Spiderman weill wir eine ne ich du 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 ja oh schützen musste auch machen was zum basteln eure erde gehört mir hallo jetzt was für ein Mann sich zwischen Galaxius und seine Mahlzeit zu stellen. So, schau mal. Ich muss diese Welt fressen. Euer Ende ist nach. Und noch einmal. Das schwarze Loch. Jetzt brauchen wir Hilfe vom Cap. Dann haben wir dich. Eure Erde. Jetzt müssen wir einmal zum schwarzen Loch. Jetzt größer. Sich zwischen Galaxius und seine Mahlzeit zu stellen. Und dann kommen wir auch schon ins nächste Gebiet. Der wird uns noch mit sich ziehen. Team 4. Ihr seid jetzt gepackt. Sorgt dafür, dass er loslässt. So, jetzt muss ich halt noch staunen. Hier haben wir einfach was. Dann müssen wir auch mal seinen Taufen wegmachen. Sonst kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Dann brauchen wir einmal Mr. Iceman. Schnauble. Eure Erde. Gehört mir. Oh ne. Da hinten. Was für ein Mann. sich zwischen Galaxius und seine Mahlzeit zu stellen. Einmal aufglocken. So, dann brauchen wir einmal um Stanley zu retten. Sehr hoch da drinne. Wir müssen jetzt mal wieder was bauen. Zack. Ein Schuh. Und das war auch der letzte Sandy. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir einen Appetit nur noch mehr an. Wir sind mir jetzt nicht ganz sicher. Haben wir jetzt eigentlich alle? Schilder werden euch nicht für immer geschützen. Hier gab es doch nichts mehr, ne? Eure Erde gehört mir. Ne, hier war nichts mehr. Da auch nichts mehr. Ne, da haben wir alles. Was für ein Mann. Sich zwischen Galaxius und seine Mahlzeit zu stellen. Ich muss diese Welt fressen. Ich muss diese Welt fressen. Nein. Da brauchen wir ein paar, glaube ich, die Magneto. Ja, das wäre schon auch befressen. Mh, lecker. Da ist die Magneto. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. So. Dann bauen wir uns mal eine Welt zusammen. Mh. 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 So, machen wir uns das bisschen kaputt hier. Und fertig. Oh, letztes Stück noch. Und wir haben es gepackt. Jetzt müsste es eigentlich ein paar Trophäen klingeln. Stantastisch. Alle Stans befreit. Jetzt sind wir jetzt noch ein Trophäen. Danke Jungs. Wie können diese super Schurken es wagen, sich mit dem redseligsten Mann der Comic-Serie anzunehmen? Das haben wir auch komplett. Ah. Haben wir doch den Bug. Ja. Es fehlen immer noch die 2. Und? 99,8. Es fehlen genau die 2. Also es ist verbuggt. Oh, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Naja. Kann man nichts machen. Gut. Dann mache ich noch eine kurze Folge mit den 3 anderen Trophäen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.